Hey, willkommen zu einer neuen Folge Couchcomics, seit Ewigkeiten endlich mal wieder in YouTube und dies auch mit besserem Bild, besserem Licht und auch hoffentlich einem guten Ton. Um was geht es heute? Ich befasse mich mit einem Thema, das gerade wieder aktuell in aller Munde ist durch die Netflix-Serie der Comic-Reihe Lock & Key. Ja! Da ich diese Comic-Reihe seit Ewigkeiten selbst auf der Leseliste habe, bin ich natürlich jetzt durch die Serie, die auf Netflix erschienen ist, dazu verleitet worden, endlich den Comic zu lesen, bevor ich mir die Serie anschaue, weil so gehe ich zumindest meistens vor, dass ich vorher die Serie angucke. Ne, halt, stopp, falschrum, dass ich vorher den Comic lese, bevor ich die Serie angucke, weil ich lieber als erstes das Original-Medium konsumiere, bevor ich dann die Adaption mir gönnen, anschaue, was auch immer. Kann ja von jedem Medium zu jedem Medium adaptiert werden. So, Lock & Key. Richtig geiles Wortspiel zu Beginn, weil die Familie Lock... Ja, gut, nochmal auf den Vorn. Lock & Key. Eine gigantisch gute Comic-Serie-Reihe, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist schon längst abgeschlossen und auch bei Panini Comics in drei wundervollen, großformatigen Hardcover-Master-Editionsbänden erschienen. So sieht einer aus, richtig dicke Schinken in der Summe drei Stück und die wiegen dann zusammen auch ungefähr vier Kilogramm und haben eine richtig anschauliche Seitenlänge von grob überschlagen, tausend, ne, knappe tausend Seiten. So. So. Um was geht's bei Lock & Key? Nachdem... Ich bin echt nicht mehr in Übung. Wie fasse ich kurz die Geschichte von Lock & Key zusammen? Das ist eine Mammutaufgabe. Die Geschichte ist so facettenreich und... Wie fasse ich denn die... Gott, wie fasse ich denn dieses Monument zusammen? Okay, kurze Zusammenfassung von der Lock & Key-Geschichte. Dadadam! Lock & Key in zwei Minuten. Ich versuch's. Also, die Geschwister Tyler, Kinsey und Bodhi ziehen nach dem brutalen Mord von ihrem Vater in das Key-Haus. Und das Key-Haus, wie der Name schon sagt, der... der... das... Das Key-Haus, wie der Name schon sagt, verbirgt mystische Geheimnisse. Also, vor allem mystische Schlüssel, die von den Kindern gefunden werden und jeder Schlüssel sozusagen eine Spezialfähigkeit besitzt. Oder so eine spezialmagische Schlüsselfähigkeit, wie auch immer man das bezeichnen will. Aber es gibt auch sozusagen eine böse Seite, denn ein Echo will auch in Besitz der Schlüssel kommen und jagt die Schlüssel, vor allem den Omega-Schlüssel. Wobei man am Anfang nicht weiß, wofür der Omega-Schlüssel ist, beziehungsweise was denn die Fähigkeit des Omega-Schlüssels ist. Bei anderen Schlüsseln finden die Kinder oder generell findet man dann als Leser auch heraus, was sie können. Und es rundet die ganze Geschichte und das ganze Universum echt gut ab. Also zusammengefasst, echt eine tolle Geschichte mit Coming-of-Age, der Kinder, Freundschaft, Magie, Horror, das Älterwerden, das Erwachsenwerden, das Trauern. Da ist alles dabei, das Universum ist so vielschichtig und vielseitig. Da gibt es für jeden was. Also das ist eine echt wunderbar, perfekt geschriebene Geschichte. Ich würde sagen, für jung und alt, aber manchmal ist es schon ein bisschen brutal. Ja, so viel zur Geschichte. Der Autor Joe Hill hat hier echt was Einzigartiges geleistet und ein perfektes Universum geschaffen. Jetzt kommen wir zu den Fakten. Wie teuer, wie lang und so weiter. Panini hat die Master-Edition rausgebracht. Drei Stück an der Zahl, da ist die komplette Geschichte drin. Und die drei kosten zusammen 99,99 Euro. Band 1, 29,99 Euro. Band 2, 35 Euro. Und Band 3, auch 35 Euro. Band 1 hat 304 Seiten und ist eigentlich schon im Jahr 2017 in der Master-Edition erschienen. Also, das ist eigentlich schon eine ältere Geschichte, ne? Vor allem die normalen Soft-Cover-Einzelbänder sind ja nochmal vorher erschienen. Band 2 hat 320 Seiten und ist im Jahr 2018 erschienen. Und Band 3 hat 356 Seiten und ist auch im Jahr 2018 erschienen. Ja, ob man an die anderen Einzelbänder irgendwie günstiger rankommt bei Ebay oder wie auch immer, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es diese drei Bände aktuell ganz normal, regulär zu kaufen gibt bei Panini. Ich weiß nicht in der wievielten Auflage, da habe ich auch noch nicht nachgeschaut. Hier bekommt man auf jeden Fall was für sein Geld. In der Master-Edition hat man auch noch zusätzlich hinten drin so eine Art Anhang, wo ein bisschen die Schlüssel erklärt werden und so eine Art Art Gallery noch vorhanden ist. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Da hat man noch so ein bisschen was zusätzliches. Zudem sind die Hardcover auch noch sehr schön ausgearbeitet. Also die Qualität ist echt gut, die Bindung ist gut, der Druck ist toll. Hier kann Panini auf jeden Fall echt eine gute Qualität liefern und prinzipiell von der Seitenzahl und den Preisen kann man eigentlich nicht motzen, was man hier für eine Qualität und für ein Hardband geliefert bekommt. Ja, dann habe ich die Fakten kurz angerissen. Ich hoffe, das ist alles, was man groß wissen muss, über die Master-Edition vor allem. Und jetzt komme ich mal auf die Zeichnungen zu sprechen und den Zeichner Gabriel Rodriguez oder wie auch immer man den jetzt auch sprechen mag. Meiner Meinung nach ist der Kerl ein absoluter Meister seines Faches. Er hat einen richtig detailreichen Zeichenstil. Er ist ein Tusche-Meister, würde ich sagen. Er hat so feine Linien, so viele tiefen Details, die Figuren so genial erschaffen und hat einen einzigartigen Stil, würde ich sagen. Aber ihr seht es ja selbst, seine Art, also die Art mit der starken Tusche-Ausprägung und der schön schwarzen Umrandungslinien und den Details, die passt super in das Horror, Grusel, Mystery, Magie-Setting und er schafft es, jeden Charakter auf einzigartige Weise zum Leben zu erwecken durch seine Zeichnungen. Und die Geschichte so durch die Paneelanordnung und filmische Inszenierung fast perfekt voranzutreiben. Und er arbeitet auch sehr viel mit Paneeldoppelungen, also sprich, dass eine Seite mit einem gleichen Paneel gefüllt ist und dann sich im Hintergrund sozusagen oder das Paneel sich ändert. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Ihr seht es ja. Ja, mir hat es super gefallen, also mag zwar nicht jeden Geschmack treffen, kommen wir mal kurz zu der kleinen Negativseite, die aber irgendwie, ja, die mich so zwiespaltet. Und zwar in der Mars-Dedition ist es so, ich weiß nicht, ob es in den Normalen auch so ist, da ist im Hintergrund so eine Art Textur gelegt, die so aussieht wie, ja, wie so ein Wasser oder ein Felsen und das ist so leicht pixelig oder unscharf oder die Qualität ist extra so gewählt. Und die legt sich hinter das komplette Bild und dadurch sind größere Flächen auch in dieser Textur und Haut oder Hemden oder alles, was halt hell ist, weiß, Hautfarben, da kommt die Textur zu tragen. Also dadurch bekommt das ganze Bild noch mehr Tiefe und so eine generelle Textur. Zum Schluss muss ich noch den Jay Fotos erwähnen, der nämlich die ganze Comic-Reihe koloriert hat. Und er macht auch eine fantastisch gute Arbeit. Ha, ich bin begeistert. Abschließend noch kurz den kleinen Vergleich. Gleich, jetzt wird es interessant, darauf habt ihr doch alle gewartet. Die Comic-Reihe oder die Serie? Ich habe mir beides angeschaut. Ich habe als erstes die Comic-Reihe komplett durchgelesen und mir danach die Netflix-Serie angeschaut. Und ich muss sagen, ich bin von beiden super begeistert. Ich finde es toll, wie Netflix die Serie umgesetzt hat. Natürlich, Joe Hill ist als Serienautor auch mit dabei. Das heißt, er schreibt seine eigene Comic-Serie in die Netflix-Serie um. Deshalb funktioniert das meiner Meinung nach auch echt gut. Es gab so ein paar schauspielerische Schwächen, würde ich sagen. Oder ja, manche Sachen, wo so ein bisschen komisch wirken, wenn irgendwas passiert und ein Charakter steht am Rand und greift nicht ein und schreit nur aus dem Hintergrund. Nein, nein, dann, ja, da muss man es halt glauben oder nicht. Generell funktioniert die Serie mit den Bildern und mit den Charakteren echt gut. Sie haben für die Serie auch neue Schlüssel dazu erfunden, erdacht. Mir hat es echt gut gefallen. Ich kann auf jeden Fall beides empfehlen. Für mich hat es besser funktioniert, als ich vorher den Comic gelesen habe und dann die Serie geschaut. Also, falls ihr es andersrum gemacht habt, berichtet mir. Würde mich interessieren, wie ihr das dann empfunden habt, wenn ihr als erstes die Serie geschaut habt. Ja, also schaut euch die Serie an auf Netflix. Echte Empfehlung, tolle Schauspieler, tolle Geschichte. Da kann man auf jeden Fall super in das Universum einsteigen. Wer noch keine 100 Euro direkt ausgeben will, um in das Universum einzusteigen, perfekt. Schaut euch die Serie an. Ansonsten kann ich jedem diesen gigantisch guten Comic-Epos empfehlen. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können, wenn ihr euch überlegt, in dieses tolle Lock & Key-Universum einzusteigen, euch den Riesenschinken oder die Riesenschinken zu kaufen, die ja einiges an Geld kosten. Also, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Für die 100 Euro bekommt man was für sein Geld. Mit den drei Master-Editionsbänden hat man die ganze Geschichte richtig gut verpackt. Genialer Druck, geniale Qualität, bisschen Anhang dabei. Für 100 Euro, für an die 1000 Seiten. Kann man nicht klagen. Ansonsten schaut in die Serie rein und schaut überhaupt mal, ob euch dieses Setting gefällt. Mir hat es super gefallen, mir haben die Charaktere gefallen, die Geschichte, alles. Dann würde ich sagen, lege ich das mal wieder zurück in mein Regal. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen da lassen. Einen Kommentar schreiben würde mich interessieren, ob ihr den Comic auch lest oder ob ihr als erstes die Serie geschaut habt. Ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Welchen Comic ihr mir empfehlen könnt, das interessiert mich auch immer brennend. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.